Um deinem Hund beizubringen, auf Kommando zu dir zu kommen, nimm ihn zunächst an eine lange Leine und stehe etwa anderthalb Meter von ihm entfernt. Sag dann ein Kommando wie hier und gehe ein paar Schritte rückwärts. Wenn dein Hund dann zu dir kommt, gib ihm ein Leckerli und lobe ihn dabei. Falls dein Hund jedoch nicht gehorcht, ziehe leicht an der Leine, um ihn zu animieren, zu dir zu kommen. Wiederhole diese Übung während der nächsten paar Tage und erhöhe dabei nach und nach den Abstand zwischen dir und deinem Hund. Wenn dein Hund positiv auf das Training reagiert, versuche das Kommando zu geben, ohne dass du rückwärts gehst. Funktioniert das ebenfalls, probiere die Übung ohne den Hund anzuleihen. Letztendlich sollte dein Hund auf Kommando zu dir kommen, auch wenn er nicht an der Leine ist.